Moin und Servus, euer Mai hier zu einem neuen Video und zwar gibt es ein neues Event. Seit den Twitch-Drops hatten wir keine Events mehr im Tag auf. Das ist jetzt fast einen Monat her und ja, gestern hat Nikita dann auf seinem persönlichen Twitter-Account gepostet, dass der Spieler mit der meisten Minus-Fans-Rap bei minus 108 Fans-Rap ist. Ich finde es absolut insane. Das muss man sich mal überlegen. Wie oft hat der Typ Senta oder andere Scavs getötet, Alter. Wie auch immer, gibt es jetzt eben ein Event und zwar können wir da unser Scav-Karma, sollten wir denn im Minus sein, reparieren. Und zwar hat da Battlestate Games eben einen Artikel wieder, beziehungsweise halt einen Brief gepostet, einen handgeschriebenen Brief. Auf dem steht dann so viel wie, ihr habt Glück, wir können euer Scav-Karma reparieren, beziehungsweise könnt ihr euer Scav-Karma wieder ins Positive bringen. Und so ist das auch. Was heißt ins Positive bringen? Erstmal vorweg, dieses Scav-Karma-Event ist nur für Leute, die negatives Scav-Karma haben. Leute mit einem positiven Scav-Karma, wie ich zum Beispiel, haben diese Quests eben nicht. Und Quests ist schon mal der erste Punkt. Ihr müsst dazu, wenn ihr negatives Scav-Karma habt, in Escape from Tarkov auf Offense gehen und der hat dann verschiedene Quests für euch und die gehen wir jetzt zusammen einmal durch. So, ich benutze für die ganze Sache jetzt die Seite tarkov-changes.com. Das ist die Seite von Logical Solutions, einer der Data Miner von Escape from Tarkov. Und zwar hat er hier mal alle diese Quests eben aufgelistet. Und zwar geht es damit los mit Compensation for Damage. Für die Quest müsst ihr Found in Raid Bär-PMC-Dog-Tags abgeben und Jusex-Dog-Tags. Wenn ihr das abgegeben habt, bekommt ihr, soweit ich weiß, 1,0 Fans Reputation wieder dazu. Als nächstes gibt es noch die Quest Wedger. Und hier müsst ihr PMCs mit einer AK töten. Welche AK es ist, ist euch komplett überlassen anscheinend. Könnt ihr euch also aussuchen. AK-74. Weiß nicht, ob AKM da auch dazu gehört. AK-100, 3, AK-105 etc. Könnt ihr euch also aussuchen. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Was auf jeden Fall gehen wird, ist AK-74. Da bin ich mir 100%ig sicher. Genaueres ist nicht beschrieben. Aber es gibt ja auch die Quest zum Beispiel, wo man mit einer MP-Series Shotgun Leute töten muss. Und da geht auch jede MP. Dementsprechend müsst ihr das auch mit jeder AK gehen. Dann gibt es noch die Quest Compensation for Damage. Vergilt. Und da muss man einfach Geld bezahlen. Wie viel Rubel man da jetzt bezahlen muss, steht jetzt hier bei der ganzen Sache leider nicht dabei. Allerdings seht ihr, dass ihr dann ingame, wenn ihr negatives Skev-Karma habt, ihr einfach Rubel abgeben und dann kriegt ihr was. Als nächstes gibt es die Quest Compensation for Damage. Äh, Barkeeper. Sozusagen Barkeep. Dafür müssen wir, ähm, den Jack-Kill-Whiskey abgeben und, äh, Tar-Cola. Ne, also ihr gebt ihm praktisch ein Set dafür, dass er sich einen Jack-Cola bauen kann. Ähm, das müsst ihr abgeben. Kriegt ihr auch wieder positives Skev-Rap, also Fans-Reputation dazu. Und dann seid ihr da auf einem guten Weg. Und als allerletzte Quest gibt es noch die Compensation for Damage Collection Quest. Und dafür müsst ihr eine M4A1 übergeben, die Founder Raid sein muss. Das ist, äh, sind soweit die, 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 die Quests. Ich persönlich finde es natürlich ein bisschen schade, dass, dass ich als, 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 als jemand, der positives Skev-Karma hat, jetzt hier nicht die Option kriege, zumindest eine der Quests sozusagen zu machen, damit ich auch einen leichten nochmal Boost oben drauf bekomme. Aber am Ende des Tages, ähm, das Gras ist immer grüner. Auf der anderen Seite sagt man, dementsprechend ist das jetzt auch nicht so dramatisch. Mal schauen, ob sich dadurch dann auch, ähm, die Skev- und Skev-Wilands wieder ein bisschen vermindert. Wenn die Leute wieder halbwegs positives Skev-Rap haben, dass sie sich dann sagen, so, ja, jetzt gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe, um das auch wieder positiv zu halten. Denn, falls ihr es nicht wisst, wenn ihr ein negatives Skev-Karma habt, dann braucht euer Skev-Cooldown länger. Eure Skev-Box im Hideout dauert viel länger. Die, ähm, Exits, also die Auto-Exits, die Taxi-Exits, wie zum Beispiel auf Customs, Lighthouse, Woods oder Interchange, kosten, äh, viel, viel mehr Geld. Das sind alles so kleine negative Punkte, die das Skev-Karma eben mit sich bringt. Und, ähm, ja, ich persönlich finde Skev-Karma ganz cool und mag es auch sehr, dass ich da ein Positives habe. Ähm, mein Skev-Cooldown-Timer ist irgendwie nur auf sieben Minuten oder sowas. Ich könnte ein Skev nach dem anderen machen im Grunde. Stash sortieren, zack, direkt wieder rein in den Skev. Und das alles dank positivem Skev-Karma. Könnt ihr natürlich im Hideout auch nochmal reduzieren die Skev-Zeit, aber Skev-Karma hat da den größten Einfluss da drauf. Das soll es jetzt aber dann auch gewesen sein. Ich will jetzt da nicht lange drum herum reden und das Video unnötig auf, äh, circa fünf Minuten strecken. Aber wir sehen uns im Stream. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und bis dann, euer Meier. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.